Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Kacke Bin ich eigentlich die Einzige, die Weihnachten total stresst? Der Horror, da schiebe ich bei der Arbeit nur Überstunden. Ich musste heute 39 Mushis wachsen. Wer ist die Nächste? Oh mein Gott, ist das ein neues Gesetz? Zu Weihnachten braucht jetzt jede Uschi eine haarlose Mushie? Letztes Jahr habe ich Wochen gebraucht, um für alle die perfekten Geschenke zu besorgen. Und wisst ihr, was ich bekommen habe? Einen Pimmelbären und Plüschhandschellen. Das geht ja gar nicht. Rosa Plüschhandschellen. Ich hatte ewig keinen Spaß mehr an den Feiertagen. Wisst ihr was? Dieses Jahr wird unser Weihnachten. Kacke! Mom? Mom? Scheiße, ich glaube, ich spinne. Hey, Mom. Wo ist denn euer Baum? Ich habe keinen gekauft, das ist Zeitverschwendung. Ich will Weihnachten dieses Jahr einfach nur genießen. Amy, du bist eine Mutter. Mütter genießen nichts. Sie sorgen dafür, dass alle anderen genießen. Dafür sind Mütter da. Wow. Wow. Du hast wirklich toll dekoriert. Oh. Wie lieb von dir. Dein Dad ist wirklich umwerfend. Du magst ihn doch nicht mehr. Was? Wie kommst du denn darauf? Ich habe euch bei einem Schlafzimmer gehört. Du hast ihn angeschrien. Immer wieder. Das waren Schreie vor Freude. Dann hast du gegen die Wand geschlagen und so ein Wort mit F gerufen. Du hast geschrien. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Genauso. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Okay, okay. Shh. I take them home. Ho, 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 ho.